Das Evangelium nach Markus ist das zweite Buch des Neuen Testaments in der christlichen Bibel. Mit 16 Kapiteln ist es das kürzeste der vier kanonischen Evangelien. Im Griechischen trägt es den Titel Euangelion Katamakon, also gute Botschaft nach Markus. Es stellt das öffentliche Wirken des Jesus von Nazareth dar, beschreibt seine Person und insbesondere sein Leiden und Sterben. Jesus wird als Knecht Gottes dargestellt, der die nahegekommene Herrschaft Gottes verkündigt. Er wird als Mensch dargestellt, der den Menschen dient, sie heilt und lehrt. Gleichzeitig wird so seine Messianität und Gottessundschaft verkündigt. Nach MK 4,11-12 EU ist Jesus selbst das Geheimnis der Gottesherrschaft, das anhand typischer Szenen aus seinem Leben umrissen wird. Das Markus-Evangelium ist nach historisch-kritischer Mehrheitsmeinung das älteste Evangelium. Gemäß der sogenannten Zweiquellentheorie diente es neben einer Sammlung von Aussprüchen Jesu als schriftliche Vorlage für das Matthäus und das Lukas-Evangelium. Verfasser Das Markus-Evangelium wurde, wie viele Zeugnisse jüdischer oder frühchristlicher Literatur ursprünglich anonym überliefert. Die uns bekannte Evangelien-Überschrift Evangelium nach Markus wurde erst später hinzugefügt. Vielleicht war den betreffenden Autoren vor allem die Lehre oder die von ihnen verarbeitete Tradition wichtig. Nicht so sehr ihr eigener Ruhm als Schriftsteller, weshalb sie hinter ihrem Werk zurücktraten. Nach altkirchlicher Tradition wurde das Evangelium von dem aus Jerusalem stammenden Johannes Markus verfasst, einem Begleiter des Apostels Paulus. Aus 1 Petr 5,13 EU wird zudem gefolgert, dass dieser Johannes Markus später zu einem Schüler des Petrus wurde. Er soll dessen Dolmetscher in Rom gewesen sein und dessen Verkündigung aufgeschrieben haben. Der älteste Beleg für die Abfassung durch Markus findet sich beim Bischof Papias von Hierapolis. Den Eusebius von Caesarea in seiner Kirchengeschichte zitiert. Markus war der Dolmetscher des Petrus und schrieb sorgfältig auf, was er im Gedächtnis behalten hatte. Diese Tradition wird von Papias auf Johannes den Pressbüter bzw. dessen Schüler zurückgeführt. Alle späteren Zeugnisse über die Entstehung des Evangeliums, etwa bei Therterlein, Clemens von Alexandrien oder Hieronymus, berufen sich auf Papias und scheiden somit als selbstständige Zeugen aus. Gegen die Zuordnung des Markus zu Paulus und zu Petrus gibt es den Einwand, dass im Markus-Evangelium keinerlei paulinische Theologie zu finden sei. Ebenso erscheint es aus Sicht historischer Forschung fraglich, ob der Evangelist Heidenchrist oder Judenchrist palästinischer Herkunft gewesen sein könne, wie es für Johannes Markus und einen Begleiter des Paulus und Petrus vorauszusetzen wäre. Einerseits wird in seinem Griechisch ohne semitische Spracheinflüsse ein Hinweis auf eine hellenistische Abstammung gesehen. Andererseits verweist man darauf, dass er zahlreiche aramäische Ausdrücke korrekt übersetzt und somit des Aramäischen mächtig gewesen sein muss. Von Befürwortern der Annahme, Markus sei Heidenchrist gewesen, wird außerdem auf seine wiederholte Kritik am Judentum verwiesen. Die Gegenposition bezweifelt dagegen, dass ein ehemaliger Heide so früh in der christlichen Geschichte eine so große Wirkungsgeschichte hätte entfalten können. Diese Erwägungen lassen den Schluss zu, der Evangelist könne nicht identisch mit dem Johannes Markus der Apostelgeschichte sein. Insgesamt konnte in der historisch-kritischen Forschung jedoch keine Einigkeit über die Person des Autors erzielt werden. Bei Papiers wird oft eine apologetische Tendenz vermutet. Die das Evangelium zumindest indirekt der Autorität eines Apostels unterstellen und ihm somit Authentizität und Glaubwürdigkeit verleihen will. Dass bereits in der von Papiers aufgegriffenen Tradition der Name Markus für den Evangelisten gebräuchlich war, macht es wahrscheinlich, dass dies der tatsächliche Name des Verfassers war. Allerdings war dieser Name damals weit verbreitet. Entstehungszeit In Bezug auf die Entstehungszeit des Markus-Evangeliums besteht weitgehender Konsens. Da in 13,2 EU eine Anspielung auf die Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahre 70 in. chr. Durch Titus gesehen wird, gruppiert sich die Mehrheit der jüngeren Datierungsversuche um diesen Zeitpunkt. Einige Exegeten verstehen diesen Vers als echte Prophezeiung und vermuten somit eine Entstehung des Evangeliums in einer Zeit, als der Ausgang des jüdischen Krieges bereits abzusehen war. Für diese These wird außerdem vorgebracht, dass im genannten Vers die Tempelzerstörung mit dem Weltuntergang gleichgesetzt wird. Der historisch ja nicht eingetreten ist, somit müsse es sich um eine echte Prophezeiung handeln, da sie noch von einem Weltuntergang ausgeht. Eine weitere Gruppe beruft sich auf 13,14 EU, worin sie eine Anspielung auf die bürgerkriegsähnliche Situation zwischen Sikarien und Zeloten in Jerusalem im Jahre 68 69 sieht und das Evangelium. Damit in diesen Zeitraum datiert. Dieser Vers wird von anderen Auslegern jedoch eher als Überlieferungsstück aus der Zeit der Kalligula-Krise gewertet. Eine dritte Gruppe geht davon aus, dass 13,2 eine unechte Prophezeiung sei. Ha, dass hier das bereits vergangene Geschehen der Tempelzerstörung im Nachhinein Jesus in den Mund gelegt wurde und das Evangelium somit nach der Tempelzerstörung entstanden sein müsse. Die wesentlichen Argumente dieser Gruppe sind, dass die Eroberung Jerusalems vor Kriegsende zwar absehbar war, die Zerstörung des Zweiten Tempels hingegen nicht. Auch wird von Vertretern dieser These gern betont, dass die Abfassung dieses Verses nicht mit der Entstehung des gesamten Evangeliums gleichgesetzt werden kann und das Evangelium somit jünger als dieser Vers sein müsse. Entstehungssort Nach altkirchlicher Tradition wird Rom als Abfassungssort benannt, was mit der Verwendung zahlreicher Latinismen begründet wird. Dagegen wird allerdings eingewendet, dass diese Latinismen vor allem dem Militär- und Finanzbereich entstammen und somit im gesamten Römischen Reich gebräuchlich waren. Auch dem in 13,11-13 EU gesehenen Hinweis auf die Verfolgung der christlichen Gemeinde in Rom unter Nero kann die bereits erwähnte Schilderung der Tempelzerstörung entgegengesetzt werden, die er auf eine geografische Nähe der Markinischen Gemeinde zu den Ereignissen des Jüdischen Krieges hinweisen würde. Etliche Exegeten argumentieren damit, dass die im 14 Jahre früher geschriebenen Römerbrief behandelten Probleme der römischen Gemeinde im Markus-Evangelium nicht thematisiert werden. Als alternative Abfassung sollte werden vor allem Syrien, speziell Antiochia, daneben Galilea, die Dekapolis oder Kleinasien vorgeschlagen. Lediglich Jerusalem und allgemein Palästina werden von allen Exegeten als Entstehungssort abgelehnt. Da der Autor mangelhafte Kenntnis lokaler Verhältnisse zeigt, Adressaten, dass das Markus-Evangelium vorwiegend für eine heidenchristliche Gemeinde niedergeschrieben wurde, wird aus der häufigen Erklärung jüdischen Brauchtums und der Übersetzung semitischer Ausdrücke gefolgert. Wahrscheinlich betrieb diese Gemeinde Mission unter den Heiden, was aus der Annahme gefolgert wird, dass Markus diese legitimieren will, indem er auch Jesus unter den Heiden wirken lässt. Dass die Gemeinde überhaupt in der Mission tätig war, wird aus 13,10 EU und 14,9 EU erschlossen. Darüber hinaus wird in der Exegese allgemein angenommen, dass auch judenchristliche Gemeindemitglieder zu den Hörern, Lesern des Markus zählten. Wofür die Behandlung von Themen spreche, die vor allem für ehemalige Juden relevant seien? ZB. Die Sabbatfrage, die Fastenfrage oder die Reinheitsfrage. Zur Gemeindesituation wird die Vermutung geäußert, dass in der Gemeinde christliche Charismatiker und Propheten auftraten, die Termine und Orte der Parousi verkündeten. Gegen diese würde der Evangelist in 13,21 f. EU argumentieren. Sollte diese Vermutung zutreffen, so wäre die markinische Gemeinde wahrscheinlich von einer hohen Endzeiterwartung geprägt gewesen, die der Evangelist selbst wohl ebenfalls teilte, wofür auch 9,1 EU sprechen würde. In der Forderung einer großen Leidensbereitschaft in Vers 8,34-38 EU sieht man einen Hinweis darauf, dass die Gemeinde zudem eventuell Verfolgungen durch römische oder jüdische Behörden oder anderen Repressionen ausgesetzt war. Sprache und Stil Beim Markus Evangelium fallen der besondere Sprachgebrauch und Schreibstil auf. Das Alltagsgriechisch ist bei Markus sehr schlicht gehalten und umgangssprachlich geprägt. Aus der Septuaginta greift er insbesondere theologische Begriffe auf, die er in sein Evangelium einbaut. Daneben finden sich bei ihm zahlreiche Latinismen. Die Sätze sind in der Regel parataktisch aneinandergereiht und durch die Partikeln Delta Epsilon und Kappa Alpha E miteinander verbunden. Peripezien werden oft durch die Verwendung des erzählenden Präsens und eine Prädikatsubjektsatzstellung markiert. Typisch für den Stil sind ferner der bestimmte Artikel bei Eignamen sowie eine starke Monotonie bei Verben des Sprechens. Generell berichtet Markus aus der Sicht eines auktorialen Erzählers, er hat sein Evangelium in einem episodisch-anekdotischen Stil aufgebaut. Markus stellt die menschliche Seite Jesu deutlich in den Vordergrund. Jesus wird zornig und traurig, hat Hunger, ist müde, herzt Kinder, kennt Todesangst. Gliederung und Inhalt Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Gliederung. Hier wird die gängigste Gliederung vorgestellt, die eine grobe Zweiteilung des Werkes annimmt. Die meisten Gliederungen des Markus-Evangeliums orientieren sich an diesem Schema. Sie weichen nur in der Zuordnung der Perikopen an den Rändern der Abschnitte ab. Auch bestehen einige Unterschiede in der Zuordnung des Weges nach Jerusalem unter dem Weg zum Kreuz. Einige Exegeten halten dies für einen dritten Hauptabschnitt des Evangeliums. Weitere Gliederungsmöglichkeiten sind deutlich weniger verbreitet. So stellt Nelka eine Möglichkeit dar, die sich am jüngerer Zegefälle orientiert. Tradition und Redaktion Man geht davon aus, dass Markus bei der Verschriftlichung seines Evangeliums auf zahlreiche christliche Traditionen um Jesus zurückgreifen konnte, die vor allem der Mischenspredigt dem liturgischen Gebrauch der Gemeindekatechese und der Apologetik entstammen dürften. Viele dieser Traditionen werden in hellenistisch geprägten judenchristlichen Gemeinden im vorderasiatischen Raum verortet, insbesondere in Galiläa, Syrophönizin, der Dekapolis und besonders auch in Jericho und Jerusalem. Einige Exegeten vertreten die Ansicht, dass diese Traditionen teilweise schon zu größeren Einheiten zusammengefasst und eventuell sogar bereits verschriftlicht waren, aufgrund des Recht, einheitlichen Bildes des Markus-Evangeliums bleibt dies jedoch zumindest so lange hypothetisch, bis entsprechende Quellen gefunden werden können. Weitgehender Konsens besteht darin, dass der Passionsbericht dem Evangelisten bereits als größere Einheit vorlag und vermutlich auch schon verschriftlicht war. Man vermutet, dass dieser auf Traditionen der Jerusalemer Urgemeinde beruht. Auch Teile der Inzeitrede werden einer urchristlichen apokalyptischen Gemeindetradition zugerechnet. Daneben werden zahlreiche weitere Einheiten als Tradition gehandelt, bei denen jedoch umstritten ist, welche Anteile konkret auf das Konto des Evangelisten gehen und welche traditionell sind. Hierzu zählen die Streitgespräche in Kapitel 2 EU, die Gleichnisse in 4 EU und die Behandlung theologischer Fragen in Kapitel 10 EU. Der Evangelist hat sicher noch zahlreiche weitere kleine Einheiten und Traditionen aufgenommen, deren Identifikation im Einzelnen jedoch sehr umstritten ist. Im Markus-Evangelium sind vor allem Wunder- und Exorzismusgeschichten verarbeitet, während Worte Jesu im Vergleich zu Lukas und Matthäus sehr selten auftreten. Daraus wird geschlossen, dass dem Verfasser vor allem Heilungswunder als Traditionen vorlagen, die wahrscheinlich der Mischensarbeit entstanden. Nur sehr begrenzten Zugang hatte der Evangelist hingegen zum Logiengut, die Logienquelle muss ihm gänzlich unbekannt gewesen sein. Der Feder des Evangelisten werden in der Regel die Schweigegebote in 8,30 EU und in 9,9 EU zugeschrieben. Auch die zweite und dritte Leidensankündigung gelten als Komposition des Evangelisten aus 8,31 EU. Die Gesamtkomposition des Evangeliums wird einhellig der Redaktion des Evangelisten zugeschrieben. Der scheinbar historische Rahmen des Evangeliums wurde in erster Linie zur Entfaltung seiner Theologie geschaffen. Trotzdem wird die redaktionelle Tätigkeit des Evangelisten in einem gemäßigten Rahmen gesehen. Sonst würden im Evangelium nicht so viele inhaltliche Spannungen bestehen, die durch die Verwendung mehrerer verschiedener Traditionen entstanden sein müssen. Seit dem Fund eines Clemens von Alexandria zugeschriebenen Briefes im Jahr 1958 wird von einzelnen Autoren die These vertreten, dass einige Passagen aus dem Markus-Evangelium gekürzt worden seien, weil sie nicht in das Glaubensbild der Kirchenväter gepasst hätten. In den ältesten Handschriften des Markus-Evangeliums endet das Markus-Evangelium mit Vers 16,8 EU. Sogar in der Minuskel 304 aus dem 12. Jahrhundert fehlen 16,9-20. Im Kodex Bobiensis wird ein kürzerer Schluss angefügt, der wohl im 4. 5. Jahrhundert entstanden ist. Sonstige Handschriften verwenden den uns bekannten sogenannten kanonischen Schluss 16,9-20 EU, der als Kombination von Elementen des Lukas- und des Johannes-Evangeliums sowie der Apostelgeschichte gesehen und dessen Entstehung in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts vermutet wird. Die Interpretationen dieses abrupten Endes in 16,8 sind widersprüchlich. Eine Möglichkeit wäre, dass das Markus-Evangelium ursprünglich unvollständig veröffentlicht wurde oder aber der ursprüngliche Schluss verloren ging. Hierfür wird vorgebracht, dass das Wort Gamma-Alpharo ein literarisch unschöner Schluss für das Evangelium wäre. Dies wird von einigen Exegeten jedoch angezweifelt, da Matthäus und Lukas das Markus-Evangelium als Vorlage verwendet haben. Jedoch einen jeweils eigenen Schluss schrieben. Demnach müsste das Ende des Markus-Evangeliums zwischen 80 und 90 n. chr, also schon kurz nach der Entstehung, verloren gegangen sein, was wiederum als unwahrscheinlich beurteilt wird. Die Gegenposition vermerkt, dass der Grabesengel alle Inhalte der urchristlichen Osterbotschaft äußere und insofern das Evangelium abrunde. Das fehlendes Schlusses wird dann als ein bewusstes Mittel des Evangelisten verstanden, um sein theologisches Anliegen einer Kreuzes-Theologie zu unterstreichen. Hiergegen wird aber wiederum vorgebracht, dass nach 14,28 EU eigentlich eine Erscheinung des Auferstandenen zu erwarten sei und insofern ernsthaft mit der Möglichkeit gerechnet werden muss, dass der Schluss tatsächlich verloren ging.